Wir von Juice Technology arbeiten ständig daran, unsere Produkte zu verbessern. Mit dem Juice Booster 2, der weltweit meistverkauften mobilen Ladestation für Elektrofahrzeuge, haben wir ein Produkt entwickelt, das sich in Bezug auf Design, Funktionalität und Sicherheit von allen anderen mobilen Ladestationen auf dem Markt abhebt. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben es noch sicherer gemacht mit der brandneuen Adapter-Serie mit aktiver Temperaturmessung. Juice Celsius. Dank der integrierten Doppel-Wärmesensoren sorgt diese erstaunliche Technologie dafür, dass der Ladevorgang automatisch unterbrochen wird, wenn die Steckdose überhitzt. Dieses Problem tritt zum Beispiel bei alten oder schlecht verdrahteten Steckdosen auf. Die Steckdose oder der Stecker könnten schmelzen oder sogar einen Brand verursachen. Mit den Juice Celsius Adaptern können Buchse und Stecker lange abkühlen, bevor etwas gefährlich wird. Aber unsere neue Lösung lässt sie natürlich nicht nur mit einer leeren Batterie zurück. Um ihr Elektrofahrzeug weiterhin zu laden, startet die Ladestation Juice Booster 2 den Ladevorgang dreimal neu, sobald die Steckdose abgekühlt ist. Es ist unsere Mission, Ihr Auto jederzeit so sicher wie möglich zu laden. Deshalb sind wir der einzige Hersteller auf dem Markt mit einem Produkt für den Juice Celsius. Weil wir unsere Kunden lieben. Juice Technology. Beeldigy Beeldigy Vielen Dank.